Edmonton Transit bedient fast das gesamte Stadtgebiet von Edmonton. Dabei befördern wir täglich etwa 100.000 Fahrgäste. Aus Sicherheitsgründen setzen wir aktuell im gesamten System rund 1100 Kameras unterschiedlicher Produktgenerationen ein. Alle Komponenten werden mit Genetec VMS nahtlos zu einem zentralen Backend-System verbunden. Genetec wird bei Edmonton Transit seit 2008 eingesetzt. Durch den Wechsel zu einer zentralisierteren VMS-Lösung von Genetec können wir nun jederzeit auf jede Kamera zugreifen und auch alles zentral aufzeichnen. Das Zukunftspotenzial von Edmonton Transit liegt darin, durch marktführende Technologien die Effizienz zu steigern. Der Bahnhof an der Universität ist relativ groß. Bisher wurde veraltete Analogtechnik eingesetzt und es gab keine Möglichkeit Kameras bei Bedarf aus der Ferne umzuschalten. Manche Fahrgäste, die nachts im Bahnhof unterwegs sind und einen Treppenaufgang nutzen möchten, hatten in der Vergangenheit Angst, dass ihnen dort jemand unbemerkt auflauert. Über die installierten ISO-Monitore können unsere Kunden nun vorher einen Blick auf den Treppenaufgang werfen. Ich wurde auf iZo aufmerksam, weil sie eine zentrale Herausforderung von ETS adressieren konnten, nämlich den Übergang von Analogtechnik zur IP-Technik. Der IP-Monitor ist eine hervorragende Lösung, die es ermöglicht, Streams direkt aus dem Netzwerk zu empfangen und bis zu 16 davon gleichzeitig anzuzeigen. Auch in Sachen IT-Sicherheit eignen sich die Monitore hervorragend, weil sie weder ein Windows-Gerät noch einen anderen Computer erfordern, den wir warten und sichern müssten. Die Vielseitigkeit und die leichte Integration durch das Plugin für Genetec macht uns vieles leichter. Das iZo-Plugin ist einzigartig und erfüllt ein lange bestehendes Bedürfnis der Sicherheitsbranche. Der Wechsel von der Analogtechnik zur IP-basierten System erforderte bislang zusätzliche mit dem Monitor verbundene Hardware. Mit dem iZo-Produkt können wir eine direkte Anbindung an die Genetec-Plattform herstellen und Kameras auf unkomplizierte Weise anzeigen. Weil sowohl die Stromversorgung als auch die Netzwerkverbindung in den Monitor integriert sind, müssen keine weiteren Kabelwege verlegt werden, da wir den Schirm direkt mit dem Netzwerk verbinden können. Von diesen Vorteilen konnte ETS profitieren, indem die bereits vorhandene Infrastruktur weiter genutzt und lediglich die iZo-Lösung einfach ins Netz eingebunden wurde. Die Hauptvorteile unserer Partnerschaft mit iZo und Genetec liegen in der Sicherheit unserer Kunden und der Wartungsfreundlichkeit. Mit dem Plugin können wir Änderungen bequem per Drag & Drop vornehmen und nach der Anmeldung über das Webportal gleich den Status des Monitors einsehen. Bei vielen der alten Geräte wissen wir nicht, ob sie funktionieren, bis wir vor Ort nachsehen. Je mehr über das Netzwerk möglich ist und je mehr Informationen wir über das Gerät abrufen können, desto besser. Die Integration des VMS ist besonders wichtig, um Kunden maßgeschneiderte Lösungen anbieten zu können. Deshalb ist die Zusammenarbeit mit Branchenführern wie Genetec ein großer Fortschritt. Das Projekt erforderte eine enge Zusammenarbeit zwischen der Forschung und Entwicklungsabteilung von iZo in Japan und der Genetec-Zentrale in Montreal. Diese Zusammenarbeit führte zu kreativen Ansätzen, eine deutlich größere Funktionalität und sogar API-Änderungen von Genetec und iZo, damit die Integration funktionierte. Über dieses Plugin hinaus strebt iZo die Entwicklung weiterer neuer Lösungen mit Genetec an. In der Zukunft werden wir Lösungen entwickeln, die auch Videoanalysen und Zugangskontrollsysteme einbeziehen. Das ist für uns Ingenieure eine spannende Herausforderung. Durch die Kombinationen der Lösungen kann ETS über die gegenwärtigen Möglichkeiten hinauswachsen. Dank iZo und Genetec können wir uns auf die Sicherheit von Fahrgästen konzentrieren und das System reibungslos betreiben. Fahrgästen konzentrieren und die Bedürfnisse von iZo und Genetecke. Das ist sie, die Bedürfnisse der Leistung. Das ist sie, die Bedürfnisse der GmbH-Innen. Das ist sie, die Bedürfnisse der GmbH-Innen. Das ist sie, die Bedürfnisse der GmbH-Innen. Vielen Dank.